Musik 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 So, ah, ein Motor, ein Motor, ein weiterer Motor. Super. Cool. So, klick, so haben wir da schon wieder leere, die Dünger. Den werden wir gleich nicht mehr. Ups. Hier liegt ein Schlafsack drin in der grünen Box. Ja, dann ist dort keiner. Falls du einen vermisst. Mhm. Dann hab ich dort ein Angebot. So, bin im Weg. Ja, es kommt ein Wanderhorde auf unser. Und lauter so sind das Bergarbeiter. Oh. Militär, oder? Oh. Ich glaub, die sollten wir sich holen. Die haben sicher... Die sind interessant, ja. ...und der Schreierin. Ich lauf weg. Wo ist die Schreierin? Im Gebäude nebenan. Warte mal. Die lauft auf unser Gebäude. Ja, ich seh sie. Ah. Schon erledigt. Okay. Ich erledigt einmal die Schreierin. Das mal. So. Oh. Oh. Fuck. Fuck. Ich laufe. Ich laufe. Scheiße. Wau. Die sind schnell. Oh ja. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Okay. Ich schau ein bisschen rundherum, dass nichts passiert. Ja, hinter uns. Ich kümmere mich... Ah, der brennende S7-S7. Ich glaub, der wird den ersten treffen. Oh ja. Super durchgeschossen. Ja, ich auch gerade. Ich kümmere mich um das Brennende da hinten. Aber jetzt. Und der nächste Kopfschuss. Und der nächste. Wieso? Ja, glaub schon. Jetzt auf jeden Fall. Ja. Jungs, Jungs, nicht abbiegen. Wir brauchen euch. Shit. Der ist auch erledigt. Ist schon wieder durchgeschossen. Ich hasse das. Okay, Jungs. Hierher. Erledigt. Jungs, hierher. Jetzt laufen wir uns da dringend herum. Ja. Ja. Achtung, von links kommen wir uns raus. Mhm. Der ist auch erledigt. Puh. Einer ist hinter dir her. Okay, zwei sind hinter mir her. Die kommt gleich. Ich hüpfe da gleich. Ah ja. Der ist auch erledigt. Bin bei dir. Durchgeschossen. Hallo, was schluckst du? Der ist erledigt. Der ist erledigt. Ich glaub, wir haben's, oder? Mhm. Kann durchaus sein. Da drinnen bewegt sich noch einer. Ich kümmere mich mal um die Leichen. Ja. Ja, da sind noch zwei. Diese Wackelerei von denen. Ja. Der ist auch erledigt. Wo ist der nächste? Da ist noch einer. Ja, und den Autofriedhof müssen sie sich auch annehmen. So viele schöne Gebäude. Da draußen stehen ein Chemie oder weiter? Ah, die sind, die sind auch rausgekommen. Oder? Oh yeah. Oh yeah, heißt? Oder Militärschutzkleidung in orange. Mhm. Wann ja. Da ist der andere. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin voll. Die grüne Tonne ist übrigens auch voll. Okay. So, ich geh mal da nach hinten und hol die... den Loot von der Chemie auch weiter. Mhm. Wo sind die jetzt? Hallo? So, keine Stolpersteinchen, sagten wir. Das war doch... Die sind weg. Ja, die haben sich aufgelöst. A la Chemie. Da sind wir reingefallen. Da ist nur so ein Zombie. So, ich leg da mal... Ah, ich bin noch gar nicht voll. Das ist ja cool. So, der ist auch erledigt. Ein bisschen was habe ich, äh... Ein bisschen Platz habe ich. Also, das ist... Komm, zu dir. Achtung, Gräscherin. Bei den Rampen. Blöde Kuh. Zack. Und fällt runter. Ah, da liegt noch eine Leiche. So, mal schauen, ob da noch irgendwas Soldaten herumstiefeln hat. Aber ich glaube... Nix, gell? Na, das war's. Ich habe auch nicht wirklich viel rausgekriegt. Gut, du hast die meisten gelotert. Ich habe dann nur die zwei da drinnen gemacht. Mhm. Da ist ein Potasium. Kurzes Aufpassen. Aber die ist voll die Kiste. Und ich schau mal, ob ich... Da habe ich Iron, kann ich gucken? Die war wohl Stücke. Ja, genau. Was ist das? Was ist das? Schau mal, sagen wir mal, da sind da... Militärweste. Auf Pisten. Ah, da. Über mir. Hier. Oh. Liest du sie? Militärweste? Ja, gerne. Also, wenn du... Ja, ich schmeiße die raus. Warte, stellen wir sie dann am Asphalt. Oder bei der Erde. So. Siehst du das? Ah, ich sehe schon. Sieht ein bisschen besser aus, als die... Was du momentan fertig hast. Warte, ich werde es gleich anprobieren. Wo ist sie da? Ja. Und da oben sind noch welche. Und da oben sind noch welche. Achtung. Mhm. So, brennend ist erledig. Durchgeschossen, super. Warum triffst du die Aminandine in das? Das ist... Oh, Gunpowder. Das ist super. Okay, da ist noch nur einer. Oh. Mhm. So, ich... Lauf nicht in das Minenfeld, was wir entdeckt haben. Ah, nein. Gut, ähm... Was wollten wir jetzt machen eigentlich? Eigentlich da die GAN-Safe-Lupen. Ah, im Gebäude drinnen. Ja, genau. Ja, genau, das war's. So, ich schau noch, ob ich noch was rauslegen kann. Wir machen uns auf den Weg. Ich bin... knallvoll. Warte mal. Genau, ich bin jetzt leer. Na, ein bisschen was kann ich weglegen. Knistert's da? Ja, das ist ja bei mir. Ah, okay. Ich leg noch mal schnell die anderen Pfeile auf. Das ist wie gleich zerdeppert. So. Nein, nix da. Passt. Ich muss das. Ja, tief im Pferd amal. So, du bist schon drin? Ja. Cool. Ah, der will gerade rein ins Gebäude. Warte mal. Ich denke mal, dass da irgendwo... Äh, falsch. Das war's, glaube ich. Der hat natürlich gleich einen Schatzzettel gehabt. Sehr schön. Ja. So. Safes. Gut. Hier in der Lobby ist einer. Ein kleiner Wand-Safe. Okay. Gleich hinterm Desk. Ja, passt. Den mache ich dann gleich als nächstes. Oder ich komme einmal und mache den und dann mache ich die da hinten. Die sind größer, die brauchen gleich länger. So, gleich hinterm Desk. Ah ja, da. Orange-Pistole mit Munition. Ist ja mal nicht schlecht. Das hast du schon alles ausgenommen. So, dann ist da einer. Da war ein Dings drinnen. Das ist Brot. Das ist immer gut. Genau, da an der Wand müsste einer sein, wo du bist. Ah ja. Da ist noch der nächste. Und da rüben muss auch einer. Und da ist so einer Versuchung auch drin. Ja. Ja. Wow. Ja? Ja, der große. Der. Der kippt raus. Aber ich kriege halt leider maximal gelb aus im Moment. Ah ja, irgendwo müssen wir anfangen. Die baust du ja komplett drauf, oder? Ja, ja, passt. Ah, die anderen waren selbst. Passt du noch nicht. Okay. Zu den draußen habe ich ihn jetzt abgebaut. Dann baue ich auch noch schnell ab. Ich werde dann, glaube ich, wieder mal einen Spitzsack gebrauchen. Ja. Die ist jetzt schon auf der Hälfte. Schau mal, da kann man rausschauen. Zu unserem Gebäude. Ah, da. Ach so, ja. Kannst du was nehmen noch? Eben, warte mal. Noch viel Platz, oder? Ich sag etwas. Zwei kann ich nehmen. Okay. Ich kann auch zwei. Oh, Tasche. Schrotflinte. Coole Sache. Was ist das? Oh, Jagdgewehrtel. Jawohl. Sehr schön. Ähm. Jagdgewehr. Ja. Es ist egal, was ich nehme. Irgendwas muss ich dafür einlegen. Aber vielleicht kannst du... Ich kann zwei Sachen nehmen. ...eisen. Ja. Kannst du wahrscheinlich Papier? Ja. Sehr schön. Glaub ich. Warte mal. Nein, Papier nicht, aber ist egal. Schrotflinte-Munition. Äh, ja. Leere Gläser. Äh, nope. Äh, 9mm-Patrone. Nein. Knochen. Nein. Schimmeliges Brot. Nein. Brotter das Fleisch? Ja. Passt. So. Dann machen wir das. So, schauen wir rein. Gut, das kann ich nicht nehmen. Das kann ich nehmen. Das passt da drauf. Das passt da drauf. Und das da. Gut, ich bau den Garn ab. Den safe. Garn safe. Ja, bitte. Wenn du jetzt das Eisen drin hast. Ja, ich bin voll wieder mal. Ne, wein Ding story. Ich kann eigentlich gleich da rausspringen. Okay. Ich geh vorne raus. Crasherin. Ups, ist er. Erledigt. Gut. So. So. Gut, ich bring das einmal nach oben. Ich komme mit. Ich bin... Ich bin... Ja. Was springt denn dort herum? Da ist noch immer so ein Militär, Fritz. Hey, Fritz, komm her. Feldwebelsprig. Ah, okay. Ich schau rein. Wo? Hinter uns von dieser... Osten, Westen? Äh... Nordosten. Ah, okay. Ich seh dich. Ich hab sie gerade gelegt. Mal schauen, ob sie nochmal aufsteht. Ja, sie steht nochmal drauf. Ja. Jetzt nimmer. Bist du sicher? Ich lauf schon. Ja. Das ist ganz schwer. So, weg ist's. So. Dann schauen wir mal. Vielleicht kann man ja gleich was einschmelzen. Ich schmeiß mal alles rein und gekleine mal runter und hol von der Tonne. Ja, ja. Okay, und ich lege einfach dazu. Mischmaschinen stehen in... Stehen schon, ja? Ja, ja. Die stehen schon. Könnte ich dir eigentlich... Ach so, auch mal Zement. Passt. Bin um den Weg. Mhm. Was wir da alles haben... Gelecker. Entschuldigung. So, bin bei der Tonne. Mhm. So. Ich muss da noch einmal laufen. Ja, ja. Wir sollten langsam anfangen zu sortieren. Okay, ich friere. Ja, das mache ich außerhalb. Also, ich glaube, das ist nicht interessant. Hm. Das schmelzt sich ein. Die Lagerkisten und Beschriften. Ich beginne, ich beginne, ich beginne die erste Forge mit allem möglichen zu laden, dass wir irgendwas zumindest da machen können, ne? Ja. Passt. So. Walter. Walter. Ähm. Ja. 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 Voll. Ich wollte es ja nur mal sagen, ne? So auf die Art. Schuhchen, 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 Schuhchen. Was ist denn da noch? Oh. Was ist denn da noch? Bitte Pompon-Dosen. Aber ich brauche... Warum sind da Kochtöpfe? Die brauche ich für die zweite Chemiestation. Okay. Du kannst sie auch zerlegen, wenn du willst. Nein, 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 nein. Ich muss nur mal laufen, dann würde ich es jetzt. Rüber oder was? Nein, zur Tonne. Ja, ich hole nur meinen Rest. Ich habe zumindest so viel Platz, dass ich das noch reinbringe. Mhm. Gut, in der Chemiestation macht man aus den Knochen Klebern. Ich werde die einfach mal anwerfen. Dann sind die Knochen verarbeitet, wenn es wahr ist. Ja, wie viel Messer braucht man es nicht mehr? Für den Messer brauchen wir nicht mehr. Bottled Mocky Water brauchen wir da. Aha. So, Gunn-Bow da machen wir aus Kohle und Potasien. Ich bringe jede Menge Stein mit, weil ich habe da nur ein paar Steine in der Donner. Ja, das tun wir gleich in die zweite... Was ist denn die Donner? Ah, da ist die Erde herinnen, genau. Das war die obere Schicht, wie wir da die Baukrugel gemacht haben. Die heben wir schon auf für den Dachgarten da herüben. Ja, bitte. So, ich komme wieder. Ja. So, vier Slots habe ich frei bekommen. So, Gunn-Bow da wollte ich machen, ja. Ich habe natürlich zu wenig. Achso, da brauche ich... Brennstoff. Total easy. So, wir haben da Stahleisen, das kann ich schon mehr rausnehmen, die Mechanical Parts können wir rausnehmen, das können wir rausnehmen. Aber das sind alles Sachen, die man da schon im Lager sortiert unterbringen. So, wir haben da noch... Hast du noch irgendwo Kohle? Ich habe schon wieder ein paar Garnpowder gemacht. Kohle nicht, aber Holz, wenn du Brennmaterial brauchst. Kein Problem. Ich würde mal sagen, ich werde die Kisten anschreiben. Man kann es dann eh umbeschriften. Dann können wir... Ja, aber ich hätte schon Material. Die Steine schmeiße ich mal bei den Vorgeschritten, oder? Ja, oder in die mittlere. Nein, Max, in der mittleren. Ja, wir werden eh überall alles laden. Ja, wie du meinst. Ich tue mal da in der mittleren zwei Steine rein. Und heize ich an mit ein paar Holzrahmen. Okay. 30 Minuten. Ja. So, das gleiche machen wir bei dir ganz rechts. Da haben wir auch jeweils 6.000. So. Und auch noch mal ein paar Holzrahmen. Die Zugbrücke ist oben? Ist oben. Perfekt. Ich muss noch mal nachschauen, aber sollte oben sein. Gut, und... Aha, da hast du Eisen drinnen, Braces und Blei. Dann schmeiße ich da unten in die Kiste noch einmal Steine rein. Mhm. Gut. Gut, du kannst schon mal Kisten beschriften, wenn du willst. Achso. Was jeder... Ich habe mir gedacht, wir machen da immer so einzelne Spalten. Oh, hier ist es gar nicht. Okay, na, dann nehmen wir es runter. Das geht nicht mehr. Draufhauen. Achso, ja, abbauen kann man es. Na, dann lass es, lass es, lass es. Ups, aus Kusa. Dann lass es, wenn du das schon drauf hast. So. Was kann ich denn noch verarbeiten? Wie machen wir denn? Indem da eher die fertigen Sachen, da die Rohstoffe da herrücken? Was, wie? Und... Achso. Da eher... Keine Ahnung. Ja, aber wir haben ein paar Kisten gemacht. Schauen wir mal. Stein. Was haben wir denn alles? Holz. Metall. Metall. Hm... Hm... Leak. Mhm. Press. Und Clay. Oh, das... Das würde genau passen. Mit den Lagerkisten da. Na schau. Ein kleines Durcheinander ist da noch, wie schön. Zum Benutzen, Mittelpartendrücken, das mache ich ja. Geht's nicht? Okay. Ah, die muss man auch freischalten. Anscheinend. Ja. Die sind gesperrt. Ja. Das werden wir in der Nacht jetzt machen. Dann ist das angeschrieben. Und dann haben wir da ein System. Und bis dahin, Happy Gaming. Und tschau, tschau. Tschüss.